Hier geht's mit Elie Gella! Elie Gella! Elie Gella, du bist der beste Mann! Ich liebe dich! Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Freund und ich sehe dein Video auf YouTube! Ich hab auch sonst das Fonds eingestellt mit dem Spiel. Ja, hab ich eigentlich auch, aber Miggi holten sie mal rum. Der kann mich mal am Arsch lenken, der fette ***. Du kannst mich am Arsch lenken, Rentner! Ich möchte der Panda sein, ich bin der rote Panda. Es ist besser für Videos, dann muss man nicht jedes Mal neu erklären. Ich fühl das zu 100 Prozent. Also ich sag dir ehrlich... Also Monte, sagst du mir jetzt was Nettes oder nicht? Ich will... Digga sind zu... Ich bin auch noch bei der Diskussion. Ich will doch einfach nur was Nettes hören, ich würde doch auch was Nettes sagen. Halt deine Schnauze, du ***. Ich hab's kenn, Alter. So, dann spielen wir um Subs oder nicht? Kommen wir aus um 10 Subs, 20 Subs? Ja, bei dem Scorn bin ich auch. Bin ich auch drin. Und dann machen wir alle um 10. Chat, für euch schaff ich das. Ich hole... Achtet drauf! Wir müssen jetzt zusammenspielen. Machen wir eine interne Wette, Danny. Wenn einer von uns bekommt, kriegt der 20. Wie sieht's aus? Also wenn einer von uns beiden gewinnt? Genau. Also ne... Dann gibst du nochmal extra 10? Ja genau, wir spielen intern nochmal unter 10. Okay, okay. Let's go, Chat. Okay, ich kann das. This is not over, this is never ever over! Zweiter, völlig okay. Völlig gut! Völlig gut! Völlig okay, GG's rein! GG's rein! GG's rein! So, und jetzt mach mal Meter, mach mal Meter, mach mal Meter. Meine neun. Schöne zwei, Digger. Meine neun? Ohhhh! Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter! Hase, 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 Hase! Ja! Das ist okay. Ne Null. Wäre cool, ne Null. Ohhhh! Aber geschenkt, das ist okay erstmal, Digger. Okay, Mann, alle, wichtig. Na, aber... Erste Kiste haben nicht mal cool. Hase und weg. Mach mal den Hasen, der wird so viel... Der wird so sein Unwesen treiben. Ne Neun. Nee! Ja! Ja! Mann! Okay. Wow! Dritter! Dritter! Ich hasse das Spiel! Ich hab ne Taktik. Oh Gott! Wow! Wie knapp! Hast du Angst da? Die Musik ist nicht schlecht. Ich hab gar keine Musik, Digger. Wow! Oh! Ich bin tot, Digger. Das ist wirklich so ein X-Kang. Nee, die läuft einfach nur dumm durch die Gegend. Das ist seine Taktik. Ich hab ne Taktik, die verrate ich euch aber nicht. Ich hab ne Taktik, die ich euch nicht verrate! Mann! Die wäre welche? Die verrate ich euch nicht. Bruder, was bist du für Ziffer? Die verrate ich euch nicht. Ein guter Zauberer verrät seine Tricks nicht. Man oder Maus Geschenk. Komm! Bitte! Nee. Man oder Maus Geschenk. Kann man jetzt nicht das Geschenk nehmen, Digger? Weil die erste Kiste keinen Sinn macht. Nimm's doch safe, oder nicht? Hä? Gib mir ein gutes Geschenk. Gib mir ein gutes Geschenk. Gib mir ein gutes Geschenk. Ja, okay. Ja, das ist nicht schlecht. Damit kannst du nicht heilen. Macht mal euer erstes Geschenk. Viel Spaß. Oder Martinius. Oh. Nee, das kommt bei wenig an, Bruder. Willst du ihn seinen Teleport nicht abziehen? Und seine Münze? Danny, seit wann verschenkst du dir hier irgendwelche Geschenke? Was ist das denn? Abgezockte Sau. Boah, das macht er nicht. Dann Rolltreppen! Jo, Rolltreppen! Kriegt nichts. Erste Kiste, Danny ist die größte Gefahr. Er ist mit Abstand die größte Gefahr. Mein Hase wird dich so jagen. Digger, ihr kriegt immer Geschenkfelder. Oh, Micky, komm mal ran, die verf***te Masse. Hä? Auf wen? Alles gut, ich hab'n Bienenstock. Krieg's für dich. Ich hab'n Bienenstock, Bro. Ich hab'n Bienenstock, Bro. Nooo, der Hase finkt ihn nicht mal. Es ist unglaublich gut. Und wer kommt, dann kommt. Wer kommt, dann kommt, wenn nicht, dann nicht. Wer kommt, dann kommt. Ja, okay, dann f*** meine Mutter. Alles gut. Der Hase kommt doch, Mann. Er kommt zu euch, bitte. Mann, ey. Er ist so nutzlos. Er ist so schlecht, Digger. Digger, dann geht dieser Wix-Hase nicht nach oben. Ich hab'n nicht gesagt, dass ich gut bin. Ja, okay. Aber trotzdem, er ist in der Ausschnitt, ich sag' es jetzt. Ah, ich hab'n nicht angekommen! Haha, Danny! Klippet! 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 Klippet, du Fatsack! Klippet, du Fatsack, Digger. N***, Digger. Wie er Auge geschützt hat. Ist ja schrecklich. Ja, wirklich. Ach so, verpess' dich. Oh mein Gott. Also, Eli, du musst aber jetzt immer aufs Housework sein. Nein! Du bist so schlecht geworden. Guck mal, Eli, guck dir mal Eli an, Digger. War ich Erster? Ja! Oh, dann krieg' ich sie gespielt! Oh, dann krieg' ich sie gespielt! Klippet, Danny! Zweiter Platz, okay. Zweiter Platz, okay. Oh, geht! Oh, was, was, Willi, Willi, bitte! Was? Was geht nicht? Es geht! Es geht! Es geht! Bitte ne Eins, bitte ne Eins! Oh, Heal! Oh, Heal? Oder? Das ist super Geschenk. Ja. Oberstark. Ne, das sag' ich auch erst danach. Oh mein Gott. Das ist wichtig! Das musst du mal sagen! Oh, okay, okay! 0-1, 0-1, 0-1! 0-0, 0-0, bitte! 0-1 wäre cool! Oh! 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 Kommt, dann kommt! Wenn nicht kommt, dann kommt nicht! Okay! 0! Ja! Nein, es gibt keine Null! Ich glaube, ich krieg die Null! Ganz ruhig! Glaub mir, das ist nicht, das ist nicht! Oh! Und jetzt guckt ihr blöd! Eli hat 9 AP in der Jungs! Nicht mehr, Bro! Oh! Micky, du kannst Geschenk und Kiste holen! Oh! Oh mein Gott! Mach Meter, Mach Meter, Mach Meter! Mast TP! Mast jetzt mit dem Teleport! Super! Alter, das wäre ein Durchbruch! Das wäre so geil! Und dann kommt mein Hase und f*** dich komplett! Oh! Nee, du musst einfach nur als erstes Mühe finden! Nein, nein, nein! Ich schaffe es nicht, das Spiel ist so Dreck! Ja, okay! Haha! Schaffst du dieses, ja, das hasse ich! Ist egal, ich kann es auch nicht! Oh mein Gott! Ach, ich f*** meine Mutter! Nein! Beim letzten! Jemand ist gerade Out of Map gefallen! Ja, ich munter! Digga, das habe ich ja noch nie gesehen in diesem Spiel, Digga! Einfach Out of Map gesprungen, Digga! Ah, Digga! Nein! Ich bin vor dir? Ja, wisch dich! Pfff! Denny, wenn du teleportest, teleporte ich zurück! Denny, teleport! Ich teleport zurück! Ich teleport zurück! Ich teleport zurück! Der Hase killt mich halt! Der Hase wird mich killen! Das heißt, ich würde halt wieder fulles Leben bekommen, was ganz gut ist! Ja, aber warte mal, warte mal ganz kurz! Der Hase, okay! Aber man könnte noch, man könnte noch ein zweites TP raus, äh, raus, äh, aus dem Spiel! Das heißt, man könnte eh die um, also könnte ich quasi eh die einen TP kosten! Safe! Na und dann? Und dann? Dann kommt Miki und das, dann kommt doch Miki! Dann kommt doch Miki! Das ist das mega geschenkt! Mach weg! Eins, eins, eins! Ja, aber die erste 0! Soll ich Kaktus jetzt schon mal machen, Judd? Lern doch für dich allein zu entscheiden, setzen davon! Ah, ne 4! Ne 0! Digga! Weder ne 1, noch ne 0 gesehen bis jetzt! Aber auf dem Würfel ist es zu sehen, glaube ich! Er darf das doppelt nicht bekommen! Schadensbefügend dann der TP mit ihm, auf Briefher Basis! Was, was denn das jetzt? Oh, Miki hat gewonnen! Miki, Miki, Miki! Miki hat gewonnen! Miki hat gewonnen! Oh, der zerbricht! Miki ist ehrlich gesagt! Miki beim Bruch wäre lustig! Hall auf, Miki! Ja! Ach, du bist so... Ich hab dir damit gewonnen! Mann, Digga, Monte! Mann, Digga, wie krass ist denn Miki! Verfettete Mast! Eli! Digga, Monte macht's so clever! Der Monte ist oben! Ah, Eli! Bitte tu's nicht! Du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Mann! Das bricht mich gar nicht mehr so durch! Sporn doch mal! Leute! Ja, Miki! So ist mein Name! Merch ihn dir! Einfach da, der echte Weimarke vorne in dem Spiel! Ja, Digga, Dreck! Sag ich! Willi, wie sag ich auch! Digga, sag ich auch! Dritter! Ist okay! Dritter! Dritter! Dritter ist okay! Dritter ist okay! Mein Arschloch, Alter! Oh, ja, Miki! Dritter ist okay! Miki holt einmal dein Erster wieder! Jetzt kommt das Loch! Mach ein Loch! Mach ein Loch! Mach ein Loch! Ja! Es ist so schön! Es ist so schön! Es ist so schön! Jetzt keine Null bitte! Eine Null! Ach Digga, was würfe ich denn die ganze Zeit? Hase! Hase! Gut! Einer von euch wird dran glauben! Du willst ihn gefahren! Rolltreppen! 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 Keine Ahle! Oh Gott! Okay, bin ich immer noch die größte Gefahr? Rolltreppen! 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 Ja, weil er wieder die ganze Zeit so dully spielt! Dass du auch nicht mal Eli deinen Scheiß geschenkt nimmst! Jetzt! Ich hab zwei! Sorry! Ja, er ist die größte Gefahr! Da müssen wir jetzt auch mal attackieren! Ja, ich werde ihn so briefen! Ich werde ihn so, also... Briefen? Willst du mich briefen? Ich werde dich briefen! Oh, Miki ist schade! Der, der als erstes oben ist, der darf nur dagegen springen! Ja! Ja! Ist wichtig! Was? Wie kannst du mich treffen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, okay, wie willst du da durchkommen? Geht gar nicht! Das hab ich wieder noch nicht gesehen! Das hab ich wieder noch nicht gesehen! Drei Autos nebeneinander! Bloß Panzer! Ja! Die drüber springen und... Was? Nein! Du *** so'n Game! Verdammte Schwänzler! Ach, er holt mich schon in der Z4. Ey, ich fahr über die Linie! Denny hat ein Geschenk! Denny hat ein Geschenk! Er darf nie über 40 Münzen kommen! Okay, Denny darf nicht gewinnen! Denny ist die größte Gefahr! Denny muss letzter werden! Sofort! Denny! Miki, schlag Denny! Schlag Denny! Alle auf Denny! Alle Denny schlagen! Denny, Denny, Denny! Was machst du?! Also, Willi, also... Digga, ich verstehe das nicht! Ich schwöre, also... Mann, Digga... Ich verstehe das nicht! Willi, ich schwöre es dir... Ja, das war mein Fehler! Das war mein Fehler! Es ist... Jetzt fliege ich als erstes raus! Oh! Oh! Oh, er ist sehr dumm! Nein! Oh! Du bist so schlecht, Denny! Und schlecht, Denny! Weil ich meine ver... ...voll... ...musik anhabe! Jungs, ich seh euch hier alle! Ich seh euch hier! Und ist ihr Meck! Jungs, Eli ist die zweite Gefahr! Jungs, Eli ist die zweite Gefahr! Micky ist noch da! Nein! Ich bin raus! Ich bin raus! Ich bin raus! Wo ist er denn? Ich bin raus! Er ist doch schon! Er ist doch schon tot! Gartel! Ja, jetzt ist egal! Wir wollen wir jetzt machen! Wir wollen wir jetzt machen, Digga! Nehmt euch ein Zimmer! Was ist denn das? Ja, okay Monti, Armin! Wie willst du's haben? Der Bruch! Das ist einfach so scheiße, ne? Ja! Drecksgeschenke! Absolute Drecksgeschenke! Wir bleiben erstmal auch im E-Mod-Oni! Wir sind im E-Mod-Oni! Ja, 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 ja! Vier, fünf Geschenk! Oh mein Gott! Respektlos! Ich schlau auf alles! Das ist so respektlos! Micky, trau dich! Der kommt an! Du kriegst einen Magneten! Du kriegst einen Magneten, glaube ich! Guck mal, wie er auch langsam ist! Soll ich gierig sein? Ja! Du musst gucken, dass du satt wirst! Kommt so safe an! Da kommt wie Micky quält! Oh! Ich muss jetzt die Mopfeil! Warum bist du so ein Idiot, Digga? Sag mal ehrlich! Das ist jetzt die Frage, Digga! Es ist doch klar, dass die Jungs alle sagen, der kommt an, weil sie dich in den Blut stoßen wollen! Und du im Ordnungsstück zuletzt, weißt du, ich hab gehofft! Ach Scheiße! Du bist doch bändig, Digga! Du musst doch den Blick haben! Oh! Das könnte sogar... Okay! Ich glaube, der kommt safe nicht an dein Magnet! Digga, welcher Ehrenlose nimmt denn da bitte Schaden? Das ist der Dribble, mein Freund! Digga, der Chat im Pummelparty ist so anstrengend! Die sagen, ich soll eine Rakete benutzen! Ich hab doch keine Rakete! Wiederschauen und reingehauen! Sag ich! Sag ich! Sag ich! Sag ich! Sag ich! Ich versteh gar nicht! Ähm... Wiederschauen und reingehauen! Und jetzt bitte für den Nachtritt gleich die Eins! Die Gefahr ist zu groß, Digga! Das, äh... Drei Leute gehen auf mich in einer Runde! Ich habe eine Kiste! Aber du hast einen Magneten und fast die zweite! Ja, ja, ja! Ja! Ich war noch nie Donner! Ich war noch nie Donner! Ich war noch nie Donner! Oh, Micky, rein ins Loch! Nein, er will nicht auf Micky gehen! Weil er ein scheiß Nutzer ist! Ja, aber muss auch raus! Ich schlag beide! Oh, was? Du bist doch schlecht! Nicht einen raus, Digga! Was ist das denn? Ich werde euch mit runterziehen! Ne! Nein! Ich hab schon reingehauen! Super scheiße! Top 3! Digga, wieso gehe ich auch nicht rüber? Ja, Rakete, Teleport! Hab ich beides! Ich glaube, er hat eins von beiden wirklich! Hm! Gut, okay! Bitte ne 1! Oh, ja! Den für dich! Bitte nicht mein Laser! Nicht mein Laser! Nicht mein... Ja, Teleport! Viel Spaß! Viel Spaß! Bitte ne 1 und ich hol jetzt mir alles zurück! Du F***! Und jetzt F*** ich euch! Und jetzt F*** ich euch! Der kann Magneten auf euch beide machen! Und jetzt F*** ich euch! Ja, aber ich hab nix! Ich hab nix! Warte mal! Elie, versuch an Willi vorbei zu machen! Das geht dir nicht! Doch, 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 doch! Geht! Könnte, könnte, könnte klappen! Mach, mach ein bisschen vorbei! Mach, mach ein bisschen vorbei! Mach, mach ein bisschen vorbei! Aber er hat doch nicht mal so viel! Ich spiel mit meinem Chat und nicht mit euch! Digga, dein Chat hat eben, wie gesagt, koste Rakete, Digga, das ist verloren! Boah! Du musst es machen, aber du triffst auf jeden Fall beide! Mach es! Probier es doch! Du hast doch nix zu verliegen! Ach, Digga! 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 3 oder 4! Dann boxe ich dich weg! 3 oder 4! Ja, mach das! Mach das! Schön! Das ist schön! Das Geschenk muss ich usen, Chat! Um die Kiste zu bekommen! Das ist ganz wichtig! Das letzte Geschenk muss es zur Kiste geben! Äh, Danny fokussen! Danny fokussen, ja! Warum schlägt man denn mich? Ich verstehe das nicht! Bruder, weil mir dein Gesicht nicht gefällt! Ich hab wenigstens nicht 500 Millionen Falten in der Fresse! Komm, im Alter wirst du auch noch hinkommen! Hat kaum mehr! Danny muss weg! Schlag doch mal, Danny! Hallo! Micky, du schlägst uns da, du Scheißknecht! Bruder, und er... Micky, das ist deine Schuld! Nein, das ist deine Schuld! Du hast uns drei geschlagen! 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 Aber die 90 davor sind egal, oder was? Du hast uns drei gerade geschlagen! Ich hab dir selber verkrackt die ganze Zeit! Weil ihr alle gewinnen wolltet! Das ist so schlimm! Danny hat die Krone und er schlägt uns drei die... Ich habe daneben geschlagen! Ich wollte Danny treffen! Du hast mich geschlagen und Billy ins Gesicht! Er teleportiert sich! Haltet ihn auf! Mach den Laser, Eli! 13, 14, 15 Keys! Er hat... Wie viel hat er? Ja, ne, das wird nicht reichen! Verlierst du noch mal ein bisschen was? Ui! Ich hab keinen TP, John! Oh, arschig! Boah, ne Rocket! Mointe, wenn kommt, dann kommt! Muss kommen, Bruder! Das ist so bodenlos! Ja, Bruder, das kannst du an dir ausdenken, ne? Oh ja, perfekt, Digger! Allein in dem Bruch, Digger! Edi, lass mir eine Sache sagen! Ja, ja, okay! Du bist in den Minigames so gut geworden, aber du spielst, du spielst so dämlich! Ja! Wenn ich jetzt erster werde, hab ich gewonnen! Okay, alle auf Danny! Wir müssen auf Danny! Auf Lila! Auf Lila! Auf Lila! 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 Lila ist oben! Ich geh nur auf Danny! Schön! Ihr seid solche verdammten Söhne, ne? Warte mal, warte mal! Micky, seine Mast-Sau-Fertigkeit! Ja, oh mein Gott! Juss! Auf Danny! Auf Danny! Sehr gut! Nichts Micky gewinnen lassen, Jungs! Warum ich bin letzter, du sohn! Will das auf Micky! Ah, hol die mal raus! Für den Spruch wird mir direkt! Ja, oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Ach, Mann! Mhhh! Auf Danny! Also, blau ist so ein B***er, ne? Blau ist so ein B***er für jeden! Verdammtes Heilblut! Ja, this is over, Schatz! Ich hab noch ein Dingster, so ein Schützending! Micky, mach es! Mach erst mal was weg! Wiederschrauben! Wiederschrauben! Ganz wichtig für Selbst-Übersteller! Und jetzt noch mal eine entspannte Zwei! Ah, schade! Das hätte ich auch für Nachtritt sowas! Aber jetzt muss ich auch richtig Auge machen! Die Kiste wäre meine gewesen, aber ich wurde so gewinnen! Ich hab für Micky auch seine erste... Nee, ich hab meine erste Kiste! Ich kann's gar nicht fassen! Micky ist die größte Gefahr, Jungs, ne? Ja! Ich muss, es bringt mir nix, aber ich muss brechen! Die Bruchtheorie! Zack! Wiederschrauben reingehauen! Wiederschrauben reingehauen! 27 Keys! 27 Keys! Und der Hase ist im Spiel! Ja, Fokusten! Der Hase ist im Spiel, Jungs! Macht euch doch keine Gedanken oder sowas! Oh, der bitte eine Eins! Die Suppe, Elias! Du bist tot! Aber erst nach seinem Schwarzschatz so... Eli, du musst jetzt theoretisch gesehen schon mal langsam die Rakete auspacken, ne? Ja, schau mal! Oh, war gar nicht gut, dass er auch die Dings hat, ne? Ich teleportier mich gleich einfach mit Danny, und dann wird er vom Hasen gef***t! Ganz einfach! Oh, ja! Ja! Dann mach ich folgendes! Okay! Das ist echt cool! Das war, glaub ich, gut! Das war nice, bro! Okay! Das war richtig cool sogar! Hä? Wie geil war das? Oh, Eli, so viele Schlüssel! Eli ist auch ne Gefiles! No cap! In ihn rein, kleiner Hase! In ihn rein! Spring in ihn rein! Er hat viele Karotten! Okay, okay! Hilfe! Du musst du überlegst! Okay! Nice! Oh, Danny ist richtig gebrochen, und ich finde das geil, weil er versucht es zu überspielen! Oh! Er liegt aber auch alles gut! Oh, guck mal, guck mal, der Hase, du hast Karotten in deiner Husttasche! Ja! Gut, kleiner Hase! Ich verliere 6 Kies und bin wieder full life! Digga, weg! Welches kranke Schwein kam auf die Idee, dieses Spiel zu machen! Hallo! Digga, er zieht mich einfach zurück, dieses Scheißspiel! Es ist so lächerlich! Bis zum nächsten Mal! Bitte nicht brechen jetzt! Ja! Zweiter! 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 Mach Meter! Mach Meter! Oh oh! Ne, bringt dir nichts! Drecksgeschenke, Digga! Absolute Schwanzgeschenke! Okay, jetzt haben wir ein großes Problem! Ja, aber du hast noch deinen Laser! Ver*******er! Und wieder an seinen Rücken abdrücken! So, eine Rakete, Geschenk und Laser und Magnet! Digga, der hat alles, Jungs! Der hat wirklich alles! Wenn das jetzt gönnt, dann muss er, dann muss er komplett gefokust werden! Komplett! Mach ein Loch! Digga! Du darfst dir ein Spiel aussuchen! Das ist so unfair! Ich geh weg von euch! Schenk noch for free! Na, wieder Magnet! Okay, ist gut! Drei! Eins, zwei, drei! Willi hat jetzt auch zwei! Jetzt kommt ein wichtiger Moment für das Spiel! Perfekt! Kenny ist da! Das ist natürlich jetzt sehr unangenehm! Wenn die Kiste unten links ist, war es der schlauste Move der Welt! Wenn die Kiste da ist, wo sie jetzt ist, war es der dümmste Move! Jetzt haben wir die Kiste! Scheiße! Scheiße! Das war's komplett! Okay, ja! Das ist schön! Oh, schön, dass du bei mir bist! Geh nach oben, du scheiß Hase! Digga! Es ist schlimm, Chat! Der macht mir jetzt so richtig! Okay, jetzt einmal in mein Leben Glück haben! Einmal in mein Leben Glück haben! Ja, jetzt ist es vorbei! Schwarze Lau ist noch nicht gekommen, Digga! Entweder Schwarze Lau ist noch nicht gekommen, Digga! Wichtig! An der gleichen Stelle! Weißt du noch, Danny! Nein! Nein! Wir sind drinne! Wir sind drinne! Wir sind drinne! Wir sind drinne! Ich hab nicht mehr eins! Ich hab keins mehr! Aber er hat alle Items! Er ist in die Gefahr! Und jetzt sind wir da! Und jetzt sind wir da! 47! Genau diese Situation wollte ich haben! Ich wollte eigentlich noch ein Geschenke mehr! Und ich hab ne Rakete! Ich hab ne Rakete! Erstmal die Magneten! Ja, ja! Also, damit erstmal Ruhe! Damit erstmal Ruhe ist! Ihr müsst auf fucking Eli gehen! Eli hat Rakete! Der Mann hat wirklich alles! Ja, weil ich im Minispiel performe! Wir spielen um 10 Taps und mit Danny spiel ich um 20! Sehr wichtig! Ganz, ganz wichtige Runde ist jetzt! Oh, was für ein Spiel kann es kommen! Bitte nicht Baseball! Es müssen, oh! Alle auf E, Jungs! Nein! Ja, ja, ja! Hausvorteil! Hausvorteil! Monte, du musst verloren, leider! Schade! Ich kann das nicht, das Spiel! Nicht gierig sein bei der Stelle! Hier nicht gierig sein! Haha! Er war gierig! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Was? Wie konnte er vor mir sein?! Wie konnte er vor mir sein?! Wie konnte er vor mir sein?! Mann, Digga! Es ist so lächerlich! Es ist so lächerlich! Ich hab nix, Junge! Du hast doch den Laser! Ja! Sag ich! Sag ich! Digga! Bei mir war ich vor ihm! Der Kaktus! Ne 9! Ich brauch ne hohe Zahl! Okay, gut! Ah, die Suppe! Hast du gar nix, willst du mir erzählen? Ja, dann gehen sie schon wieder alle auf mich! Wie du! Ja, was soll ich mir machen?! Ja, ist okay! Ja, ist okay! Stimmt auch! Stimmt! Stimmt! Aber ist trotzdem bitter! Ist trotzdem bitter! Was denn? Ja, normal bitter! Natürlich bin ich ganz bei dir! 102! Und der kriegt die Kinn! Ja! Eli! Nur Eli! Wirklich! Rot! Alle rot denn los auf Rot! Er ist unten! Er ist unten! Er ist unten! Holt ihn! 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 Wir haben ihn! Schieß ihn raus! Schieß ihn raus! Wer geht auf mich denn, Digga? Sagen die dumm?! Schieß ihn raus! Schieß ihn raus! Junge! Er geht auf mich! Es ist so schlimm! Ja, wenn ihr nebeneinander steht, was willst du machen? Willi, mach doch was! Ach gut, das ist vorbei! GG, Eli! Eli! Willi! Ich brauche dich! Wenn ich jetzt rausfliege, wenn ich rausfliege, dann ist der Dritter! Der kann, kriegst nicht hin! Ist das krank! Ist das krank! Ist das krank! Wie scheiße seid ihr? Wie scheiße seid ihr? Micky, der N*** so hat mich gekillt! Micky, der N*** so hat mich gekillt! Unfassbar! Ihr seid so krank! Wicky Helm, der schlimmsten Gui-Verspieler kriegt ihr das nicht organisiert! Also, das ist krass! Kann ich mir sogar beide hin? Nein, nein! Er ist so krank! Ja, ist das krank, ne? Ist die scheiße, wie der Typ ist! Guck mal, er kriegt bei mir drei Schlüssel! Du darfst kein Damage fälschen! Du darfst keine einen! Drei, drei, vier! Das ist die Rache für vorhin, das schwöre ich dir! Mit dem Magneten, wo du gesagt hast, der trifft! Ich habe mich so oft nicht verlassen, weil ich auf dem letzten Platz war! Das ist so Karma! Du machst deinen Maubbau in dich auf! Quine fischen! Quine fischen! Ein historischer Moment kommt jetzt! Eli, du kannst jetzt nur den Trümmer brauchen, weil ich für den Finkzator! Ich kann jetzt entenden, denn die Unsterblichkeit bitte! Lass mich einfach nur was verhören! Was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Ich brauch ne Fünf! Ne Drei! Ne Fünf oder ich bin tot! Ne Drei! Ne Drei! Ne Drei! Ne Drei! Ne Drei! Sag es, Willi, sag es! Eli, mach deine Schritte! Mach deine Schritte wie ein Mann nach vorne! Geh nach vorne wie ein Mann! Nimm den Schaden! Du bist so ein Checkmisto! Halbblutschluck Schnecken! Und das meine ich mit Pechchat! Ich habe wirklich sehr viel Pech in diesem Spiel! Ich hätte gewonnen mit einer Fünf! Ist nicht unmöglich zu würfeln! Ja, aber die Ober in die Mitte zwischen den Beinen! Das würde ankommen! Und das wäre auch schon... Danny hat gewonnen! Danny hat gewonnen, Leute! Er ist schlau im Leben da, Mann! Er ist schlau im Leben! Ich werde die Subs nicht giften! Musst du! Ich bin mir nicht, Jungs! Nein, nein, werde ich nicht! Das ist Eli, also mehr extra kann man es nicht machen! Okay, warte mal! Mehr extra kann man nicht auf das Spiel achten! Leute, ich muss nächste Runde nur vor Danny kommen! Ich muss nächste Runde nur vor Danny kommen! Micky, ich kann da nichts für! Dann mach das trotzdem nicht! Sogar wenn du argumentierst, okay, ich komme vor Danny! Jungs, mach mal bitte was! Wenn nächste Runde Danny erster wird und Pummel-Party habe ich einen Zaun! Ich habe einen Cooldown auf Pummel-Party, das schwöre ich euch! Ich muss nur vor Danny kommen! Vor Tele! 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 Ah, super! Ja, sehr schön! Und da ist Danny! Oh, Danny! Ja, sorry, Monta, aber wie willst du hier ruhig bleiben? Ich wollte ja sein, dass du mich melapotiert und dass du mich ruhigen sollst, Mann! Ich kann mich bei so einem Buch vor denjenigen beruhigen! Ich finde aber, Micky hat auch gar kein Mist! Mitspracherecht mit Leuten, die nur einen Pokal haben und 56 Keys! Finde ich schlecht! Du bist letzter, Micky! Du hast hier gar nichts zu sagen! Wiederschauen! Mit seinen gierigen Fingern da gerade schon wieder dran! In der Keksdose! Ist auch ja auch so gefeiert! 20! Danny und ich 20! Und er kriegt das Geschenk! Ist das respektlos! Oh mein Gott, für dich wäre es... Oh mein Gott! Willi hat ein Geschenk! Willi hat ein Geschenk und 40 Stinger, ja! Hast du was? Hast du das für ihn? Hast du eine Bombe? Ich habe eine Abrissbirne, dann kann er die schon mal nicht wieder! Ja! Und raus! So, Willi, bleib ruhig! Dir fehlen drei Münzen! Man könnte auch geradeaus... Oh nein! Gip, 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 gip! Okay! Ich kann das alles! Es wird gleich irrelos! Ich kann das nicht alles! Ich kann das nicht alles! Ely, wir beide! Micky, ich mach's gegen dich, weil Monte zwei Kisten gleich hat! Ely, wir beide! Wir beide sind's! Digga, wenn du das... Ely, ich hab's so gebrochen, Digga, ist das nicht normal! Sag ich! Sag ich! Oh, schock, Digga! Fakturierte Fratzen bitte für Ely! Ja, bitte, bitte, bitte! Ja, bitte für Ely! Bitte ganz rechts für Ely! Bitte! Mann, ey! Und dann kommt dieses Spiel! Ja, ich weiß nicht, wo kommt dieser Schwanz hin? Nein! Das ist auch nicht, Digga! Oh, Mann! Wo kommt der hin? Wo kommt der Dicke hin? Du krass! Im Mund raus! Okay! Ich kann's auch nicht! Ich kann's auch nicht! Ich kann kein räumliches Denken! Okay, Leute! Ähm, Danny, ihr müsst Danny attackieren! Weil Danny ein Geschenk hat um 45 Münzen! So, du musst doch im Mund raus! Räumliches Denken, keine Ahnung mehr! Also, das ist aber wieder herrlich! Das will ich das Spiel auch noch nicht! Ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Micky, du spielst ganz rum mit mal wieder! Manche spielen gut und manche spielen schlecht! Und da bist du richtig scheiße! Micky, sehr gefährlich! Bin ich bei euch, Shit! Auf Krampfeilen, Alter! Haussache, was gejustet! Ah, perfekt, Digga! So ein Schwanz, Leute! Okay, jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment! Das kannst du dann machen! Ja, ist okay! Monte, du bist viel besser! Oldschool! Let's go! Oldschool-Hase! Wurzel! Ja, geil, Digga! Nein, nein, nein! Beide, aber beide los! Ah! Sechs, Mann! Ja, aber sechs Punkte ist gut! Ich glaub, maximal kannst du sieben holen! Er hat drei, Digga! Er hat drei, Digga! Aber Eli, du musst ihn wegmachen! Ja, ja, mach ich, mach ich! Digga, drei! Ich sage, jetzt kommt der Call und Micky gewinnt es! Beifed! Beifed! Gönn' Loch! Oh mein Gott, ich bin so smart! Er ist so smart! Ich bin so, ich bin, Digga, ich bin so ein... Digga, er ist der schlauste Mensch! Er ist wirklich der schlauste! Ich kann ihn nicht wegmachen! Ich kann ihn nicht wegmachen! Ich bin so smart! Das geht nicht! Das Arschloch! Oder? Ich bin sicher in meinem Loch! Komm, Yustin, Yustin! Nein, geht nicht, Micky! Es geht nicht! Für die Wissenschaft! Warte mal! Ne! Das geht? Oh mein Gott! Das geht nicht! Oh mein Gott! Für die Wissenschaft! Digga, du... Ok! Jetzt wissen wir's! Jetzt wissen wir's! Weil ich hätte auch nicht gedacht, dass man Teleport machen kann! Wendy! Über die Kante! Oh! Oh! Sag ich! Warte, warte, warte! Du musst mit Eli telepotsieren! Warte, warte! Wenn du das machst, wenn du das machst... Du musst, du musst! Wenn du das machst, ich will dir nur kurz was sagen, dann ist Micky vor dir! Also Micky oder Willi. Ich habe nichts. Ich habe keine Rakete. Ich habe nichts. Aber er hat die Schlüsse wieder vorne liegen. Alles auf Willi wieder. Oder auf Micky. Oder... Okay, Micky oder Willi werden das gewinnen. Micky oder Willi werden das gewinnen. Ich mache Ober. Dann muss ich vor den kommen. Und dann noch eine Ober. Und dann noch eine Ober. Dann killst du beide. Dann killst du... Oh mein Gott, du kannst beide durchbrechen. Beide 15 am besten. Beide 15 hochspringen. Hochspringen. Schön. Danke. Ich muss vor den beiden kommen, dann kann ich sie killen. Acht. Macherzahl. Rakete? Oh Gott. Eli, ich und Willi, wir sind nahe dran. Alle auf alle auf alle. Alle auf alle. Oh. Micky, guck mal. Ich fahre ganz runter zu dir. Jawohl, ich habe noch ein bisschen Zeit. Richtig, Mastau. Und Willi jetzt auch noch mal kurz weg snacken. So eklig zu fünft. Ich muss nicht mehr... Also du darfst keine Rakete bekommen. Das ist schon mal wichtig. Ich bin ein Macher. Bin ich ein verdammter Macher. Oh, Micky ist zweiter, Jungs. Alle auf orange. Orange, jungs. Orange, orange. Orange, 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 orange. Orange. Das muss orange sein. Das muss hier immer orange sein. Immer. Lächerlich. Er hat mich... Rakete, bitte. Guck mal, ich bin zweiter und Micky ist zweiter. Wir haben beide gleiche Punktzahl. Und... Digga, wir wurden ja alle drei. Jetzt wird es interessant. Oh, das ist Madkit. Drei, fünf, hier. Oh mein Gott. Bodenlos. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ähnlich. Es muss nicht sein. Sag mir mal was Nettes. Es muss nicht sein. Ganz kurz mal. Abrissbirne auf Willi. Und dann hältst du ihn low. Ja, aber du hältst mich low. Aber du hast dann noch einen Spieler weiter im Spiel. Abriss... Hast du... Machst du ihn weg? Es ist ein Eis gegen Reiz, Micky. Abrissbirne auf ihn. Micky, mach es weg. Wir müssen auf Willi gehen. Micky, mach es weg, Micky. Mach es weg. Er hat 62 Kies und ein Geschenk. Okay. Größte Gefahr. Größte Gefahr, Micky. Das ist doch ein Nachtritt, Micky. Verdammte Nottensau. Und rate mal, wer eine Abrissbirne hat, du kleiner Schwanz. Sag ich! Micky. Sag ich! Micky. Sag es. Micky. Micky. Michael, Kevin. Christian. Carsten. Michael, Carsten, Kevin. Irgendwas? Hast du mir irgendwas zu sagen? Oh nein, oh nein, oh nein. Du hast da ober. Bis ich da hinkomme, weiß ich nicht. Boppe rein da. Mont, äh, Willi hat gewonnen. Willi gewinnt dieses Spiel. Er hat es mal wieder gedreht. Ich muss erst mal Erster werden. Kevin, sag meinen Namen! Du scheißknecht! Und es hat alles damit angefangen, weil du das so dumm gespielt hast. Bitte nacht, weg von ihm. Okay. Ins Loch, wo du hingehörst. Monte, du bist so ein großer, wenn du die Küste dir schnappst. Was? Er hat probiert einen Laser zu holen. Automat. Oh. Automat. Ach du Scheiße. Mit deinem alten Ehrenbruder, Monte. Mit deinem alten Ehrenbruder. Monte, wir haben das schon mal gemacht. Lass uns das nochmal machen. Monte, du musst gewinnen. Ja, das ist over. Ist Monte noch hier? Willi auch wieder so ein Macher. Hä, Monte auch? Ich glaube, Monte ist angefressen, weil es so lange dauert. Monte hat auch nie Gameplay ernt. Ich habe verkackt. Monte, ich lasse dich vor. Ich lasse dich vor, Monte. Weil ich gierig bin, this is over. Weil ich gierig bin, verliere ich. Das ist das perfekte Szenario. Ein, das ist eben tot. React auf BVFB. Okay, mache ich jetzt. Luca, ich mache jetzt Pummelparty. Jungs, ich bin raus. Ich rate auf BVFB. Stopp. Ich hätte gewonnen. Oh, ich hätte gewonnen. Hätte ich doch nicht. Oh doch, ich hätte gewonnen. Ja, lass uns das machen. Oh nein. Das Arsch-Angebot war es, ne? Bruder, es hat verlockt, so wie es ist. Was denn für ein Arsch-Angebot? Was denn für ein Arsch-Angebot bitte gerade? Bitte? Werd ich hier gerade verkauft für einen Arsch? Mein Spielspaß wird verkauft für einen Arsch? Wie, von wem? Von welcher Arsch? Mann, der gerade wollte, denk dran, ich mache dir das so glatt wie noch nie. Denk dran, denk dran, das kann ein ganz großes Ding werden. Das Ding ist so ein Spiel noch nie. Ich lege drauf. Oh mein Gott, Dega, hä? Alter, Mann, Monty war geil. War geil, kriegst du trotzdem. Oh Mann, Dega. Oh nein. Dega, hast du so wohnlos gespielt. Willi holst du jetzt, Willi holst du jetzt den Hack. Holst du jetzt rein den Spaß. Willi holst du jetzt den Spaß. Ja, okay, okay. Willi braucht eine 5. Sein, mache. Oh. Oh, Digger. Digger, was? Ja gut, aber Willi hat definitiv nächste Runde gewonnen. Ja, alle auf Willi. Alle auf Willi. Ja, alle auf euch. Alles auf Willi. Oh Willi, komm ran. Gratr. Du kleine Bitch, komm mal. Du kleine Bitch. Micky, was soll denn das, Digger? Du kleine Bitch. Gratr. Nein. Nein. Du bist so eine kleine Bitch, Digger. Ey, du bist so krass hässlich. Du bist so krass hässlich. Rakete oder Geschenk. Rakete oder Geschenk. Rakete oder Geschenk. Bitte, bitte, bitte. Rakete oder Geschenk. Willi ist weiter, Jungs. Es ist over. Ich konnte es nicht tun. Ja, Bruder, wie im Boxring. Ich kenne es auch, Digger. Gegen Schweinbex hast du auch schon nicht gebläst. Komm her. Das gefällt dir. Ja. Geschenk. Geschenk. Geschenk Rakete. Oh. Alter, ist das gestört, Digger? Und ich komme nicht klar. Dern, du bist so eine kleine Schwanzlutsche, N***er, ne? Das ist ein Geisteskrank. Jeder, wir haben euch schon, Willi. Jeder, wir haben euch schon. Du tauchst deinen Körper nicht billig, sondern viel gar nichts. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Geh durch Wasser, geh durch Wasser, Willi. Geh noch mal zurück durchs Wasser. Ich muss hoch springen, ne? Ja. Sieben. Monte, Rakete, rein in den Spaß. Monte kann auch gewinnen, ne? Monte holt die Rakete, äh, Monte holt die Kiste. Okay, Monte hat die Kiste. Guck mal, das ist meine Chat. Hätte Monte wohl in den Automaten gewonnen gegen Willi, dann hätte er jetzt das Spiel gewonnen. Außer er würfelt einer 2. Ja. Er hätte das Spiel gewonnen. Ja, aber, aber, ich möchte ganz kurz anmerken. Ich habe beim Automaten nicht gezinkt, okay? Warum glaubst du nicht, Danny? Aber guck mal, das ist doch, das ist das perfekte Beispiel. Dieses Spiel, es hat so viel damit zu tun. Geschenk, geschenk, geschenk. Digga, wo ist die Kiste? Och, Digga, okay, ich bin komplett raus. Obwohl, nee, ich kann nach unten gehen, ne? Wenn Monte das noch holt, ne? Das wäre so krank. Oh, Danny, größte Gefahr. Digga, ich spiele das Spiel jetzt zum 100. Mal und bin immer noch kacke, ey. Ah, ja. Ah, ja, schon. Es gibt Spiele, es gibt Spiele, die sind's, und es gibt halt Spiele, da bin ich's nicht. Aber egal, Drecksgeschenke. Drecksgeschenke, alles gut. Danny hat ein Geschenk, Leute. Und langsam sollte das Geschenk gönnen. Ich glaube, es ist soweit. Ja, es ist auch soweit. Ja, es ist auch vorbei. Hoffentlich. Oh. Also, also, von beiden Sinne von nein, natürlich. Willi und ich sind beide tot. Ein bisschen weiter links. Willi wäre tot. Willi ist vor mir dran. Willi würde mich jetzt killen, wird meine Schlüssel bekommen und wird sich die Kiste holen, nur weil er gechokt hat. Guck jetzt. Ich hab nix zum Killen, Bo. Das stimmt. Aussaugen oder Schutz. Ich hab zwei Abrissbären noch. Ja, 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 ja. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Er wäre tot gewesen. Blut? Oh, nee. Okay. Seht ihr? Seht ihr? Das war wirklich die ödigste und langwierigste Runde aller Zeiten. Digga, und ich war auch so. In drei, vier? Hat das? Boah, nee, hat noch nicht ganz. Ihr müsst jetzt attackieren. Ihr müsst jetzt eure Abrissbirnen drauf haben. Ja, ja, ja. Ihr müsst. Erster und ich hab gewonnen. Erster und ich hab gewonnen. Oh. Ja, oh. Auf Rot, auf Rot, auf Rot. Mann, Digga, was kommen denn immer für Spiele in den entscheidenden? Eli, es kommt immer wieder hoch. Was kommen denn für entscheidende Spiele immer? Rot, Rot, Rot. Rot ist, äh, rechts. Niki, um rechts. Oben rechts. Ey, ja. Dann jetzt auf Willi. Jetzt auf Willi. Jetzt auf Willi. Nein, auf Daniel. Auf Daniel. Willi. Moin, du machst du. Moin, alle sind in Gefahr. Hauptsache, Elie geht raus. Elie hat nicht gewinnen. Elie hat nicht gewinnen. Digga, was machst du hier für'n komischen Fleece? Oh, Mann. Oha. Da! Rot, 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 Rot. Digga, aber das auch in diesen Spielen. Rot, 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 Rot. Immer in so'n Situation sowas passieren. Rot, 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 Rot. Rot, 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 Rot. Rot, 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 Rot. Seid ihr dumm. Hey! Digga, Jungs. Seid ihr dumm. Was macht ihr denn? Kann doch gewinnen. Wenn er das erste Mal hat, hat er gewonnen. Wir gehen auf Montag. Geht doch bitte auf... Ja, Digga, ist ein Säckerlicht. Egal. Jungs. Rot, Rot. 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 Ihr verarscht mich, ihr drei, ne? Rot. Rot. Du verf***te Nottensau. Willi hat gewonnen. Er ist erst dann. Aber, ja. Okay. Er hat gewonnen. Er hat es gewonnen, Digga. Schon sei Dank. Willi hat es gewonnen. Mann, Digga, und dann... Gs. Oh, gut. Mehr als verdient. Willi, wirklich. Wer fehlt? Bix geht vor! Ist der doof, der Junge? Nein! Nein! Ist der doof, der Junge, Digga? Jetzt hat Eli gewonnen. Bitte macht eure Abrissblöden drauf. Ich hab nichts. Das ist so... Bitte, 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 Junge. Was macht die Abrissblöden? Aber warte mal, Eben. Du kannst übers Wasser gehen. Bitte geh übers Wasser. Bruder, probier es doch wenigstens, Mann. Die Schlauze, ey. Spring, spring, yeah! Rüber, schön. Warte, mir geht es nicht. Es geht nicht. Oh, ja. Digga, Danny, wir hätten deine Oma gebraucht. Ey, die kommt nicht an da, Digga, hab ich doch gesagt. Ganz kurz mal, Micky ist auch eine Gefahr, ne? Wenn er jetzt... Los, ganz kurz, ganz kurz. Ist die 1, oder? Ich weiß das, Digga. Nee, du bist keine Gefahr, oder was? Bist du keine Gefahr? Mit deinem vollen Leben. Monte, du kannst es dir aussuchen. Entweder gewinnen ich oder Micky. Ich glaube, die kann sogar mal nicht... Ich glaube, die kann sogar 11 Schaden machen. Ach, 12, mach 11. Ah, ja. Lächerlich, Digga. Okay. GG. 1 ist dritte. 1 ist dritte. Und jetzt, jetzt habe ich... Also, jetzt haben wir schwarz auf weiß. Wenn jetzt irgendwas... Also, ich möchte... Eli, bevor du würfelst, bevor du würfelst, ich glaube, vorhin beim Übernehmen der Einstellung... Erstmal den wegmachen. ...wurde es nicht übernommen und es ist nur... Digga, Mia doch die Anker doch beschießt aus dem Winkel. Bitte 1, 2. Ich habe hier alles gesehen. Bitte 1, 2. Hat jemand schon 1, 1 gewürfelt heute? Und da ist das Ding! Weil ich besser spiele als ihr. Weil ich besser spiele als ihr. Und ich will sofort die Giftsabs sehen. Sofort die Giftsabs, weil ich besser spiele. Server closed, weil ich besser bin. Daniel, ich höre nichts. Du sagst, ich spiele nicht gut. Ich spiele gut. Ich habe den Win geholt. GG's in den Chat. Willi, wie geht es dir? Du hast dir gerade 40 Subs durch die Lappen gehen lassen, weil du X gedrückt hast. Willi, wie geht es dir?